Und da sind wir wieder, mitten im Lärm, alles klar, ich mache den Lärm für mich ein bisschen leiser, hier müsst ihr jetzt mit hören, so gut, wir sind hier fertig und müssen jetzt wieder nach Hause, machen jetzt erstmal, ne, 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 ähm, achso, nein, wollte ich nicht, ah, die ist aus, gut, so, jetzt müssen wir irgendwie nochmal raus, das war diese Richtung, so, oh, wieso habe ich zu viel, na, ich bin ein bisschen müde, Verstauchungsrisiko ist kein Problem, na, komm, müssen wir doch kurz mal machen, ja, das dachte ich mir fast, einfach mal kurz gegen die Wand gelaufen, super. Jawohl, das haben wir geschafft, bin jetzt einfach mal gespannt, wie lang es noch geht, weil der Guide, dem ich da so ein bisschen gefolgt bin, um das Rätsel zu lösen, der war da zu Ende. Ja, super. Äh, wieso habe ich keine... Nein, da will ich nicht hin. Ähm, was ist mir? Ja, hier an der Schwarzwald zurück, genau. Mhm, ja. Ja, 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 achso, ich muss mich, weißt du was, ich gehe mal da rein. nochmal, dann schnapp ich mir, ähm, Lageraktionen, Schlafsack, komm, irgendwo hin kann man den legen, oder? Hallo? Nein? Komm, sei lieb. Aha, nirgendwo hier, warum nicht? Aha. Okay. Machen wir wieder ein bisschen Lampe. Sind wir doch nochmal da durch. Da hoch, ob wir da irgendwo nochmal pennen können, weil pennen wäre jetzt echt gut. Okay, wir können die Lampe wieder ausmachen. Und schauen wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwo, weil hier ist es ja schön warm. Können wir vielleicht hier irgendwo... Na komm, nicht immer loslassen. Ja. Aha. Wir schlafen mal... Sieben Stunden. Lampe war aus, ja. Lampe war aus. Mhm. Aufhegen. So. Mir geht's besser. Ich kann jetzt auch eine Kleinigkeit trinken. Erstmal das da. Oh, und das reicht im Prinzip schon. Wir müssen Lampe machen, ich renne immer falsch. So, es ist dunkel. Ähm, warte mal. Was haben wir hier? Das war ja schon da. So. Ne, alles klar. Oh, sehr schön. So. So. Es gibt da wohl keine Abkürzung. Ja, gut, leer. Alles habe ich ja schon durchsucht. Da, hier, Exit. Kraftwerk verlassen. Ähm. Jetzt nichts wie zurück nach Schwarzfeld, oder wie es heißt. So, wir gucken auf der Karte. Jägerruine. Da waren wir. Das Kraftwerk, da sind wir. Ähm. Ähm. Bin ich jetzt gerade doof? Ach, ja, ist okay. Ich verstehe. Mhm. Jetzt ist die Frage. Wir müssten dann ja irgendwo mal über den Fluss drüber kommen. Und das kommen, ähm, das kommen wir ja nicht. Okay. Ach, hau ab. Das sind zu viele. Oh, oh. Scheiße. Nicht gucken. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja. Ja. Ey. Uh. Alter. Ja. Ja klar, gehen wir gerade wieder in die falsche Richtung. Erstmal ausruhen. Ja, bringt ja nichts. 4% gefroren, der ist doch noch warm. So, ich muss mal gucken, wir müssen doch irgendwie, müssen wir doch über diesen Drecksfluss drüber kommen. Oder? Ja, ich wollte vielleicht zu schnell sein. Schnell nochmal gucken. Ja. Das ist der Fluss, scheiße, das schaffen wir nicht, sind wir sofort tot. Oder? Ja, 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 und da kommen wir eh nicht hoch. Gut, okay. So, wie ist denn dann der Weg? Wo ist denn, wo ist denn, da ist eine Brücke, das ist doch fuck. Wir sind so nah dran. Kraftwerk, warte mal. Ne, das geht auch nicht über den Fluss, oder? Scheiße, wir müssen zurück, Mist. Irgendwie muss das Kraftwerk uns darüber bringen. Das kann nicht sein, dass wir den Drecksweg nochmal komplett zurückgehen müssen. Wir müssen mal gucken, oh, da sind wieder Wölfe. Haut ab, ich habe euch weggemacht. Hau ruhig ab. Irgendwie müssen wir über das Umspannwerk drüber kommen. Wir gehen. Wir gehen. Genau. So, wir müssen doch da rein. Langsam. Nochmal rein. Oh Mann. Ne, da oben muss ich lang. Da muss es doch einen Ausweg geben. Gibt es auch. Genau. Was ist das? Ach so, ja. Und wo sind wir jetzt gekommen? Und da. Ach komm. Ich will auf dieser Seite bleiben. Ich kann halt nicht springen. Ach komm jetzt. Oh, hab ich da Lust drauf. Entschuldigung. War ein dummer Umweg, aber egal. Komm, ich schütte ein bisschen Öl in das Auto und dann fahren wir heim. Wir müssen jetzt echt geradeaus rennen bis zur Brücke. Ja, ist ja gut. Ich hab doch schon aufgehört. Sind doch schon wieder Wölfe? Nein. Doch, hör auf. Ey, wenn du jetzt nochmal... Nochmal. Time to look for shelter. Hau ab. Alter, ich hab doch... Der hat doch nachgeladen, Arschloch. Also, ich hab doch gesagt, ich hab dann mal ein bisschen aufgehört. So, Ruhe ist. Klar, bis zwar zwar, aber... Oder warte mal. Komm, wir gehen mal dahin. Kein Leiden. Okay. Kann ich natürlich auch nichts machen. Das Ding ist voll. Gut. Dann habe ich den Mist zweimal gemacht. Völlig ohne Not. Ja, ich weiß. Hau ab. Jetzt erholt er sich ja auch nur sehr schlecht, ne? Und was ist denn jetzt? Oh, sag nicht. Ach Gott, das war ja das. Stimmt ja, da war ja noch was. Wo ist der Wohnwagen? Waren wir im Wohnwagen? Waren wir im Wohnwagen? Und da waren wir noch nicht. Ja, ja. Okay. Da ist er. Vielleicht kriegen wir ja da noch Gewehrmunition oder irgend sowas. Oh, was machen wir da drin? Was? Ja, das war ja. Ich hoffe, ich kann das trotzdem essen.